Das sind Sie. Das ist Jerry Shaw. Eine Reihe von Einkäufen, Vorlieben und auswertbaren Daten, die Ihre Persönlichkeit definieren. Wir überwachen jedes soziale Netzwerk. Internetlogs, Instant- und Textnachrichten von Ihren Mitarbeitern, Freunden und Bekannten. Sämtlichen E-Mail-Verkehr und Handy-Benutzung. Wir verwenden Sicherheits-, Überwachungs- und Verkehrskameras, um Bewegungen zu analysieren. Wir nutzen diese Daten, um Persönlichkeitsprofile zu erstellen. Wir wissen, wer Sie sind. Wir sind überall. Was meinen Sie? Wieso sagen Sie immer wir? Wir, das Volk der Vereinigten Staaten, streben eine vollkommenere Gemeinschaft an, um Gerechtigkeit zu schaffen, Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten und für eine gemeinsame Abwehr zu sorgen. Alle programmierten Optionen, alle Datenbestände werden zu diesem zentralen Oberkommando führen. Sie ist Computer. 8 Menschen. ние Zacken Dörte slash Dörte 1 2 W 1 1 3 1